Taub und stumm. Kommunikationsprobleme überall, auch bei uns in der Kirche. Kommunikation unter uns ist ja so wichtig, denn sie schürt die Kommunio, die Einheit unter uns. Und Jesus gibt uns ein paar gute Ideen im Sonntagsevangelium. Hören wir zu am nächsten Wochenende in der Pfarrer Bruder Klaus in Bern.